Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Heute geht es um eine Entscheidung, die YouTube betrifft. YouTube und ein YouTube-Video. Und damit hatte sich das Oberlandesgericht in Hamm auseinanderzusetzen. Was war das für ein Video, um das sich jetzt hier zwei Parteien stritten? Nun, es ging um jemanden, der als Lehrer in Russland gearbeitet hat und dort in Russland diplomatische Immunität genoss. Und dieser Mensch hat zwei Studenten mit seinem Auto totgefahren. Und in Russland ist er dann freigesprochen worden, weil er eben Immunität genoss. Und er hat sich dann auf dem Weg nach Deutschland gemacht und ist hier dann verurteilt worden. Es gab eine Freiheitsstrafe, ein Jahr auf Bewährung, eine Geldbuße und ein einmonatiges Fahrverbot. Das war im Jahr 2009. Der Vorfall, als er die beiden Studenten umgefahren und getötet hat, der ist allerdings gefilmt worden. Und dieses Video, das ist dann auf YouTube gestellt worden. Und jetzt war die Fragestellung, ob YouTube das Video löschen muss oder ob da möglicherweise unwahre Tatsachen drin sind. Zunächst einmal ist es so, dass das OLG Hamm gesagt hat, solche Videos im Rahmen einer aktuellen Berichterstattung muss ein verurteilter Straftäter gegen sich gelten lassen. Was schon mal sehr interessant ist, dass also hier Privilegien, die für die Presse geschaffen worden sind, eben auch für YouTube angewandt worden sind. Das war der eine Teil der Entscheidung. Und dann hat der Betroffene gesagt, naja, aber das ist ja ein Vorfall aus dem Jahr 2009. Das ist ja keine aktuelle Berichterstattung mehr. Dazu hat das OLG Hamm gesagt, ja, aber man konnte bei YouTube ganz genau erkennen, aus welchem Jahr das Video war. Insofern ist klar, das ist ein Archiv und aus Archiven muss man die Texte nicht zwingend löschen. Da können die Texte drin bleiben, auch wenn es jetzt gerade keine aktuelle Berichterstattung mehr ist. Und dann, was ebenfalls sehr spannend an dem Urteil war, ist, dass in dem Video die Behauptung drin war, dass dieser Lehrer betrunken gefahren sei. Es ist so, dass das unklar war und nicht herausgefunden werden konnte, ob er wirklich betrunken war oder nicht betrunken war. Aber derjenige, der das Video online gestellt hat, der hat sich auf russische Medien gestützt. Und da, sagt das Oberlandesgericht Hamm, gilt dann das sogenannte Laienprivileg. Der Laie, der etwas bei YouTube oder im Internet behauptet, der darf sich auf Medienaussagen stützen und muss nur nachweisen, dass er etwas gut recherchiert hat und keine Anlass zur Zweifel an diesen Medienaussagen hatte. Und dann durfte er auch diese Medienaussagen übernehmen und insofern im Laienprivileg gilt eben dann der Grundsatz, konnte er nicht haften, wenn diese Tatsache sich nachher als nachweislich unwahr ausstellen würde. Beziehungsweise hier war es so, der Betroffene hätte jetzt nachweisen müssen, dass er zur Tatzeit nicht betrunken war, was natürlich dann ebenfalls schwierig ist. Also eine Entscheidung zu YouTube und Presseberichterstattung und diese Entscheidungen sind im Moment noch relativ rar. Mal gucken, was es sonst noch in der Entscheidung zu sehen gab. Ich glaube, das waren so die wesentlichen Punkte, die hier letztlich angesprochen waren. Es ist noch so eine Geschichte gewesen, dass der Kläger auch identifizierbar war. Also da hat das Oberlandesgericht Hamm gesagt, naja, selbst wenn man identifizierbar ist, man hat ja auch eine schwere Straftat begangen. Man hat jetzt zwei Menschen getötet und müsste dann auch das gegen sich gelten lassen. Ob die Revision zum BGH möglich ist, konnte man der Pressemitteilung des Oberlandesgerichts Hamm, die jetzt veröffentlicht worden ist, nicht entnehmen. Wenn, dann gehe ich davon aus, dass das auch weitergehen wird. Aber es ist eben schon sehr spannend, weil ihr dadurch ein bisschen erfahrt, was auf YouTube möglich ist, inwiefern dort aktuelle Berichterstattung möglich ist und inwiefern man vorsichtig sein muss. Das ist ein schmaler Grad und eigentlich müsste jeder YouTuber so ein bisschen auch Presserecht kennen, damit er genau weiß, was darf ich veröffentlichen und was nicht. Wir haben ja einen dreiteiligen Kurs zum Thema YouTube und Recht gemacht. Den könnt ihr euch hier noch einmal anschauen. Da ist das Wichtigste drin, was YouTuber rechtlich wissen müssen. Und was aktuell dazu kommt, das veröffentlichen wir natürlich hier in unseren Videos, sodass ihr euch rechtssicher auf YouTube bewegen könnt. Einsweilen, danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.